Ahoi und herzlich willkommen an Bord von AIDA Nova. Wir sprechen heute über Barrierefreiheit und demnach ist diese Reise eine ganz besondere. Wir haben unseren Expertenrat mit an Bord und was dieser Expertenrat zum Thema Barrierefreiheit beiträgt, welche Ziele er hat und welche Erwartungshaltung wir an diesen Expertenrat haben, das zeigen wir euch in der heutigen Sendung. Los geht's! Rund acht Millionen Menschen allein in Deutschland leben mit verschiedenen Beeinträchtigungen und um auch für sie eine möglichst perfekte Urlaubsform anbieten zu können, haben wir bei AIDA den Expertenrat gegründet. Bei mir sind die beiden Projektverantwortlichen, die diesen Bereich treiben. Und die erste Frage anderer, was war oder ist unsere Erwartungshaltung an diesen Expertenrat? Also die Erwartungshaltung ist eigentlich, dass wir authentisches Feedback von unseren Gästen erhalten möchten, natürlich von denen, die mit uns barrierefrei reisen. Und wenn wir als Projektteam sozusagen mit ihnen reisen können, bekommen wir das einfach und können da ansetzen, wo es benötigt wird. Ivi, lass uns so ein bisschen teilhaben und auch verstehen, nach welchen Kriterien haben wir die einzelnen Teilnehmer in diesem Expertenrat rausgesucht? Wir haben einfach mit unseren internen Fachabteilungen geschaut, wer sich zum Beispiel schon mit einer Gehör- und Seheinschränkung bei uns gemeldet hat, aufgrund einer vergangenen Reise oder aber auch, es kommen auch viele auf uns zu, die uns proaktiv da Feedback liefern. Und außerdem haben wir noch mit externen Partnern geschaut, die auf diesem Gebiet spezialisiert sind, wer uns da noch hilfreichen Input liefern kann, wie zum Beispiel unser Reisebüro-Partner. Du bist ja in diesem sehr komplexen Projekt unter anderem auch für die Kommunikation verantwortlich und nicht nur zu den jeweiligen Teilnehmern, sondern eben auch die Kommunikation an mögliche zukünftige Gäste oder eben auch an potenzielle Gäste, die genau dieses Thema interessiert. Was ist da ein weiterer Bereich deiner täglichen Arbeit? Wir haben es zum Beispiel im letzten Jahr geschafft, einen Sonderkatalog zum barrierefreien Reisen herauszubringen und so können wir halt gezielt unseren Reisebüro-Partnern, aber auch allen anderen Gästen oder potenziellen Gästen Informationen liefern. Oder auf unserer Webseite wird dann die Möglichkeit gegeben, dass sie halt genau gezielt nach Informationen suchen und diese dort auch finden. Anna, du hast ja eben schon gesagt, dass es unsere zweite Expertenratreise ist. Was hat sich seit der letzten Reise getan oder welche Maßnahmen wurden vielleicht auch sogar schon in die Tat umgesetzt oder worauf liegt ein besonderer Fokus? Also wir haben auf der letzten Reise natürlich mit dem Expertenrat unsere Top Ten definiert, also das, was wir an Quickwinds angehen wollen und wo wir besonders stolz darauf sind, dass wir halt rollstuhlgerechte Busse in ganz, ganz vielen Häfen anbieten können oder auch Niederflurbusse. Somit haben unsere Gäste, die im Rollstuhl sitzen quasi, auch die Möglichkeit, alle Ausflüge mitzumachen, die dafür ausgewiesen sind. Das war ein Beispiel von vielen weiteren, aber wir möchten euch jetzt erstmal die einzelnen Teilnehmer vorstellen und vor allen Dingen, was denen ganz besonders wichtig ist. Bei mir ist Christina Vogel und Christina, du bist Schirmherrin des Barrierefreirats bei AIDA. Warum bist du dabei und vor allen Dingen, warum ist dir dieses Projekt so wichtig? Die Welt ist bunt, also wollen wir auch die bunte Welt kennenlernen. Heißt aber auch, dass die Welt bunt ist im Sinne von Menschen, wie wir sind. Also ich sitze im Rollstuhl, du nicht. Es gibt sehbehinderte, höreinträchtige Menschen, wie auch immer ganz andere auch. Alte Lönschen mit dem Kinderwagen auch. Also die an Bord sind, sind auch super, super bunt. Das heißt aber auch, dass wir kleine Leute kennenlernen wollen, aber auch da immer Unterstützung auch brauchen, ein Stück weit auch. Deswegen, was mir einfach auch so wichtig ist, gesagt haben, okay, am Ende ist es ein Gesamtgefühl, was irgendwie da ist. Ich will an Bord sein und, oh verdammt, ich bin so gerne an Bord. Ich schlafe so unfassbar gut, ich weiß nicht, was das ist. Und wenn ich es wüsste, würde ich es zu Hause auch so machen. Aber klar, manchmal wollen wir auch gerne raus und eben auch die so wunderbaren Städte kennenlernen. Manchmal gibt es auch Ausflüge an Destinationen oder an Orte, die man sonst so nicht finden würde einfach auch. Und es macht nur Sinn, wenn auch ich das mit Behinderung einfach auch erleben kann. Und deswegen ist mir einfach diese Schirmherrschaft, dieses Expertenrat einfach unheimlich wichtig, dieses Erlebnis AIDA für alle gleichermaßen genießbar zu machen. Da sage ich herzlichen Dank. Und was genau da jetzt schon möglich ist, das zeigen wir euch jetzt. Es geht nur! Wuhu! Oh! Ein Teilnehmer des Expertenrates ist auch Nico. Nico, stell dich kurz vor und sag uns mal, warum du dabei bist. Ja, hi, ich bin der Nico, ich bin blind und ich bin im Expertenrat für die Belange und Interessen der blinden und sehbeeinträchtigten Menschen. Und ich finde es super wichtig, dass auch eben Menschen mit den unterschiedlichsten Beeinträchtigungsformen genauso reisen sollen können, wie beispielsweise eben halt Menschen ohne Beeinträchtigung. Welche Themen oder welche Punkte sind dir besonders wichtig, uns mit auf den Weg zu geben oder auch vielleicht sogar schon umzusetzen? Ein großes Thema ist natürlich die Barrierefreiheit und ich finde an Bord ist schon einiges da, wie zum Beispiel die Punktschrift am Treppengeländer, dass man sich orientieren kann, wo befinde ich mich denn jetzt eigentlich, auf welchem Stockwerk oder beispielsweise auch die Punktschrift im Fahrstuhl, damit ich weiß, welchen Knopf ich drücken muss, um eben auf die entsprechende Etage zu kommen. Oder eben halt auch die Öffnungszeiten der Fahrstuhltüren, weil es ist zum Beispiel super wichtig, dass es einfach mal ein bisschen länger offen bleibt, damit ich als Mensch mit Sehbeeinträchtigung auch die Möglichkeit habe, den entsprechenden Fahrstuhl halt eben nehmen zu können. Nico, ich sage herzlichen Dank für deine Anregung und ich freue mich natürlich, dass du Teil in unserem Expertenrat bist. Bei mir ist Nicole und Nicole vertritt im Expertenrat die Interessen der Hörgeschädigten. Nicole, lass uns teilhaben, warum bist du dabei und vor allen Dingen, welches Thema ist dir besonders wichtig? Ja, warum bin ich dabei? Ich durfte vor vielen, vielen Jahren zum ersten Mal eine Schifffahrt machen und da durfte ich durch viele kleine Missgeschicke am Gespräch mit dem Kapitän hier teilhaben und mir wünschen und meine Sorgen und Bedürfnisse einfach benennen und sagen und daraufhin wurde ich mutiger, was ich brauche, weil das ist ja oft das, was wir nicht sagen. Und die Gespräche wurden ernst genommen und somit lag dann irgendwann meine E-Mail-Adresse auf dem Brostocker Schreibtisch und ich bekam dann eine E-Mail, ob ich das Bedürfnis und den Wunsch hätte, Teilhabe am Expertenrat zu sein. Ich weiß, dass es dir darum geht, wie du schon gesagt hast, natürlich teilhaben zu können, dementsprechend auch dein Feedback. Nenn uns mal so ein, zwei Punkte, die dir besonders wichtig sind, wo wir Verbesserungsbedarf haben, wo wir uns weiterentwickeln sollten, um für Menschen mit Hörschädigungen besser eingestellt zu sein. Also das erste Mal sind es die Ausflüge, weil das sind ja auch die schönsten Momente hier an Bord und das zweite ist hier an Bord allgemein, dass man einfach zum Beispiel mal die schöne Durchsage vom Kapitän verstehen kann und deswegen hoffe ich und freue mich hier im Expertenrat auch ganz viel über Apps, über Digitalisierung, Möglichkeiten, Rahmenbedingungen zu erschaffen, dass wir besser und glücklicher einfach teilhaben können. Nicole, vielen Dank für deinen Beitrag. Gerne. Habt ihr Fragen zu diesem Thema, dann findet ihr eine erste Übersicht unter aida.de slash barrierefrei und habt ihr sogar detaillierte Fragen im Vorfeld eurer Reise, dann helfen wir euch gerne unter barrierefreiheit.aida.de Wir freuen uns, euch bald an Bord eines unserer Schiffe begrüßen zu dürfen und bis dahin schicken wir ein herzliches Ahoi hier von AIDA Nova. AIDA Nova AIDA Nova AIDA Nova AIDA Nova AIDA Nova